Ferienzeit, Reisezeit, endlich geht's wieder raus in die Berge, an die Seen oder ans Meer. Und eins muss auch immer mit, Netz, egal ob über Smartphone oder WLAN, auf dem Campingplatz, in der Eisdiele oder im Hotel. Wir haben uns für euch fünf touristische Hotspots ausgesucht, da schauen wir ganz genau hin, wie es mit dem Netz dort aussieht. Und Achtung, ihr könnt was gewinnen, nach jeder Station verlosen wir ein nagelneues Samsung S22 Plus. Oha, und jetzt geht's los. Heute sind wir auf Fehmarn, auch die Sonneninsel genannt. 2200 Stunden Sonne gibt es hier pro Jahr. Und es gibt ganz viel Wind und deswegen ist das Ganze hier ein Kiter- und Surferparadies. Und es gibt hier auch ganz viele Campingplätze, nämlich 17 Stück, also das ist auch ein Eldorado für Camperinnen und Camper. Und wir schauen uns natürlich das Netz genauer hier an, so viel sei verraten. Der Mobilfunk ist hier sehr gut ausgebaut, auch 5G ist schon vorhanden. Und was das Glasfasernetz angeht, da kann man auf Fehmarn sagen, der Bauer ist schlauer. Der Glasfaserausbau auf Fehmarn ist extrem kompliziert, weil die Genehmigungsverfahren aufwendig und langwierig sind. Drei Männer ändern das hier gerade und mit denen spreche ich jetzt. Klaus, was tust du hier, damit die Glasfaser in Blieschendorf läuft? Ich habe meinen Hof abgeändert von Ferienwohnung auf feste Wohnung und da brauchten wir schnelles Internet. Mein Part ist es, die Leitung zu legen. Wir legen so gute zwei Kilometer Leitung bei uns auf dem Land und bei meinen Nachbarn auf dem Land. Das geht echt unkompliziert, tolle Sache und ja, da sind wir jetzt bei und setzen das jetzt um. Und warum können wir das hier so einfach machen? Weil wir bei uns auf dem eigenen Grund und Boden die Leitung legen, deshalb brauchen wir da keine Genehmigung zu. Und deshalb funktioniert das auch ganz gut. Und mit den Nachbarn funktioniert das gut, dass wir da auch legen können und die das alle mitmachen. Wir ziehen alle an einen Strang, weil wir alle Glasfaser haben wollen. Matthias, was ist deine Rolle beim Glasfaserausbau? Ja, erstmal dadurch, dass ich hier wohne, brauche ich auf jeden Fall auch schnelles Internet, weil ich auch sehr viel im Homeoffice arbeite und dadurch mit einer 6000er Leitung nicht wirklich klargekommen bin. Glasfaser war da schon das Ziel. Nebenbei arbeite ich ja auch selber in einem Telekommunikationsjob, wo ich gewisse Kontakte herstellen konnte. Und somit konnte ich einen guten Kontakt wie Peter bei der Telekom bekommen und bin dann so in den Genuss gekommen, alle zusammenzubringen. Und hier an einem Tischstern darüber zu reden, wie wir Blieschendorf schnellstmöglich irgendwie an Glasfaser anbinden können. Blieschendorf ist ein super Beispiel, wie man gemeinsam etwas sehr, sehr schnell und gut erreichen kann. Und zwar die Landwirte buddeln, wir planen, wir stellen das Material. Das läuft, die Hälfte ist schon fällig. Für die 80 Haushalte schaffen wir dann pro Haushalt ein Gigabit. Bis zu einem Gigabit kann der Kunde buchen. Fernsehen, Internet, Telefonie, alles ist drin. Meine drei Tipps für euch auf Fehmarn sind Kiten, Campen, Soft-Eis-Essen von der Eisdiele Radden in Burg auf Fehmarn. Das ist das angeblich beste Eis in Schleswig-Holstein. Und ich muss sagen, er schmeckt gigantisch. So, das waren meine drei Tipps hier für euch auf Fehmarn. Welcher davon hat euch am besten gefallen? Oder vielleicht habt ihr ja auch noch eigene Tipps? Dann schreibt sie einfach in die Kommentare. Jeder Kommentar hat eine Chance, an der Verlosung teilzunehmen. Viel Glück dabei! Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und wenn nichts verpassen möchte, der abonniert einfach unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.